Willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Ihr habt es im Titel schon gesehen, um was es heute geht, gelesen. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, gehe ich erst mal meine Nägel hier auffrischen. Die sind schon längst überfällig und Thema Schwanger. Das kommt alles jetzt dann nachmittag, wenn die Eda zu uns kommt. Und die hat einen Arzttermin und die wird euch dann alles berichten. Ich sage jetzt noch nicht viel dazu. Nach dem Nägel machen, ich will einkaufen, Brot, Milch, das haben wir mir geholt, ja, den Salat. Jetzt zeige ich euch meine Nägel mal. Seht ihr, ein bisschen Design drauf und Glitzer mal. Die Eda wollte eigentlich schon um 1 Uhr bei uns sein, nach dem Arzttermin. Aber beim Arzt dauert es gerade länger bei ihr. Sie ist immer noch im Wartezimmer, das heißt, sie sitzt noch und wartet. Ihr Mann muss dann arbeiten, hat sie mir geschrieben, falls sie es nicht mehr schaffen sollte, ob ich sie dann hole. Habe ich gesagt, klar, hole ich sie. Mal schauen, ob ich sie hole oder ob sie von selber kommt dann. Und dann geht es weiter. Und meine Lieben, die Eda ist persönlich hier für euch. Und die Eda erzählt euch jetzt von ihrer Schwangerschaft. Also im Titel habt ihr es schon gesehen. Und wir wissen es auch schon länger. Aber wir dürfen es nicht verraten, weil die Eda euch halt bestimmte Wochen abwarten. Und hier ist der Beweis. Stimmt's? Das zeigt euch gleich. Was? Schau, wie du ausschaut. Das ist voll grün. Voll hässlich. Kannst du das nicht ändern? Kannst du mich nicht schmaler machen? Dich schmaler machen? Nee, kann ich nicht. Ich bin jetzt so gespannt. Die kommt jetzt gerade vom Arzt hier. Ja, ich habe jetzt meinen Mutterpass endlich bekommen. Wie ihr schon wisst, ich habe Familyfahren bestimmt zwei Wochen nicht gesehen nach Silvester, weil es mir einfach nur elend ging. Ich bin jetzt in der zehnten, über der zehnten Schwangerschaftswoche. Und von der fünften bis jetzt war eigentlich eine schreckliche Zeit. Ich war nur noch am Brechen und mir war die ganze Zeit auch übel. Aber jetzt geht es, glaube ich, schon langsam aufwärts. Am Anfang waren es eigentlich Drillinge. Der eine ist abgegangen. Ich habe gedacht, ich hatte meine Regel, aber der eine ist abgegangen. Und dann waren es Zwillinge. Und heute habe ich erfahren, dass der eine sich gar nicht entwickelt hat. Das heißt, statt drei habe ich jetzt nur noch eins. Aber Gott sei Dank, das ist jetzt wirklich gesund, hat er gesagt. Das ist alles in Ordnung. Ja, und im August ist dann mein Entbindungstermin. Ach, ich freue mich schon. Auf was? Wann kommt er auf was? Ja, Edda hat uns ja gleich, wie sie den Schwangerschaftstest gemacht hat, uns gleich verraten, dass sie schwanger ist. Aber sie hat gesagt, bitte noch niemanden erzählen. Sie will bis in die zehnte Woche warten, bis zum zweiten Termin, weil sie will einfach sicher sein, dass auch nichts passiert. Und dann haben wir gewartet natürlich. Wir waren natürlich immer ungeduldig und so. Und Berat kriegt jetzt eine Schwester, wollte ich schon sagen. Vielleicht wird es doch ein Mädchen. Vielleicht ist es ein Mädchen, sollte es jetzt noch werden. Und die Millay, ihr wisst gar nicht, wie Millay sich freut. Ich sage jedes Mal, sag mal, dein Papa, Edda, weißt du schon, was es wird? Ja, sie ist wie so eine große Schwester jetzt, als würden wir das Baby bekommen. Bei uns ist jetzt so Babystimmung überhaupt, egal wo ich bin, Babysachen anschauen, Baby hier, Baby hin und so. Ja, und wir lesen noch in der Schule, die wird auch gleich kommen. Und wir freuen uns alle, Edda. Absolut. Überraschungsbaby, aber wir haben uns so. Überraschungsbaby ist es geworden, gell? Geplant war es jetzt nicht, dass sie schwanger wird, aber sie hat gesagt, wenn es wird, wird es halt. Und jetzt ist es was geworden. Also, wenn ihr auf jeden Fall wissen wollt, wie meine Schwangerschaft verläuft, was ich mache, wo ich hingehe, was ich esse. Schwangerschaftsgelüste sind natürlich fürchterlich bei mir diesmal. Ich könnte so tollenweise Oliven essen, grüne Oliven. Ja, okay. Diesmal stehe ich auch so ein bisschen auf Süßes. Ich bin kein Mensch, der Süßes isst. Zum Beispiel, ja, eine Regel Schokolade ist bei mir immer gegangen, aber so Kuchen und so habe ich eigentlich nie gegessen. Aber jetzt, weiß ich nicht, jetzt irgendwie. Ihr seht das bestimmt auch hier. Ich habe schon fünf Gezüge genommen, weil ich habe das im Ding. Nein. Auf jeden Fall könnt ihr dann in meinem Insta-Account, den blenden wir euch hier ein, gucken, was ich mache, was ich esse, wie es mir geht. Was sie anzieht und ganze Schwangerschafts-Updates kommen auf ihren Instagram-Account. Natürlich, meine Lieben, versuchen wir das Ganze auch mit der Kamera zu begleiten. Für euch immer mal ab und zu Schwangerschafts-Updates hier auf Family Fun wird es auch kommen. Nein, aber diese ganzen Daily-Stories, Daily, also die Tages-Stories und Bilder und alles, das kommt auf ihrem Insta-Account. Da müsst ihr unbedingt folgen. Ja, sehr wichtig. Mila ist jetzt auch von der Schule hergekommen. Mila, wir haben eine Überraschung für dich. Wir haben jetzt im Video gesagt, dass Edda abends schwanger ist. Oh, schade. Das kann man jetzt verraten, ja. Und wir haben jetzt hier am Handy eine Überraschung, die dürft ihr jetzt auch sehen, meine Lieben. Ach, ob es Mädchen und Junge wird. Nein. 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 Aber das weißt du ja noch nicht. Das waren Zwillinge, aber es sind doch keine Zwillinge mehr. Der eine hat sich nicht entwickelt. Ah, es ist nur eins. Aber jetzt, schau mal, jetzt haben wir eine Überraschung für dich. Ich darf mitfilmen. Das ist das Kind. Schau mal, Mila. Oh, süß. Wie süß, Baby. Ja, war süß. Ja, guck mal. Oh, süß. Schau jetzt, was er macht. Schau jetzt, schau. Schau mal, wie es turnt nach oben. Guck mal, guck mal mit den Füßen, Mila. Nein, das ist turnt. Ja. Das ist turnt voll. Sag, du musst mal Kopfstand. Kopfstand. Sag, Kopfstand. Ja, mach den Kopfstand. Ja. Also, danke, Edda. Ich bin weg. Der macht rum. Mach den Kopfstand, genau. Also, danke, Edda, dass wir sehen durften. Also, ich habe gesagt, ich will dieses Video auch auf mein Handy. Ich glaube, ich könnte es stundenlang anschauen. Mein Traum, oder? Das ist so süß. Und wann weiß man das Metro? Vielleicht das nächste Mal. Aber das werde nur ich erfahren. Sonst kein Mensch. Nein. Du wolltest doch immer Babyschauer-Party machen, gell? Ja. Dann überraschen wir ihn ab. Aber weißt du, wie ich das mache heute? Es gibt so Dinge, da macht man Luftballons. Ja, genau. Und dann ist da endlich der pinkes Konfetti oder Ding. Genau. Und wir platzern das auf. Ja, so mache ich das dann. Aber dann dürfen die es ja nicht wissen. Ja, ich. Aber eigentlich, ich darf es nicht wissen. Ja. Also, darfst du nicht sagen, der Arzt? Nee, darf er nicht. Ich gehe dann zum Termin mit Eimo und er sagt dann leider auch was. Aber ich will dann auch mit. Wir verraten dir schon. Aber solange du Edabler nichts verrätst. Das macht sie aber nicht. Schau. Sie hat es jetzt wochenlang für sich geheim gehalten, gell? Dass Edabler schwanger ist. Ja, ich habe es nicht. Hat sie gesagt. Nein. Mille und ich sind jetzt unterwegs für Papa Geburtstagsgeschenkaufen. Der hat Geburtstag. Ja, morgen. Also eigentlich, wenn das Video kommt, heute Samstag. Aber wir filmen ja einen Tag vorher Freitag. Deswegen sind wir jetzt unterwegs was kaufen. Und was wir Papa gekauft haben zum Geburtstag hier. Oder ob wir hier was gefunden haben. Seht ihr im Geburtstagsvideo morgen, meine Lieben. Roberts Geburtstag. Da könnt ihr einschalten. Wir schauen hier einfach mal so. Jetzt sind wir heimgekommen. Geschenk haben wir gefunden für den Robert. Ja, morgen Video. Müsst ihr unbedingt reinschauen. Wir feiern jetzt nicht groß. Am 19.1. hat er Geburtstag. An dem Tag Samstag. Also heute. Wenn ihr das Video seht. Besuch und so weiter. Edabler, ihr Mann. und Semra und Arif und so weiter wollen kommen. Aber die können erst am Sonntag. Und Robert hat gesagt, ach, das macht ihm gar nichts aus. Machen wir es am Sonntag. Dann kommen die. Und da werden wir halt ein bisschen zusammensitzen. Und alle wissen vielleicht schon, die uns jahrelang hier auf Family Fun folgen. Robert ist nicht einer, der da so drauf besteht, Geburtstage zu feiern und Geschenke zu kriegen und so weiter. Das macht ihm gar nichts aus, wenn mal Tag später gefeiert wird. Oder gar nicht gefeiert wird. Und dem macht es auch nichts aus, wenn man mal keine Geschenke kauft. Aber wir haben gesagt, wir machen das Ganze dann Sonntag. Und meine Küche. Meine Küche. Schaut mal. Meine Küche schaut unter aller Sau aus. Ich habe gar nicht aufgeräumt. Wie Edabler dann heimgegangen ist, bin ich mit Milet los. Und habe gesagt, Milet, wir müssen ein Geburtstagsgeschenk kaufen für Papa. Das Problem ist beim Robert auch, wir wissen nicht, was wir Robert schenken sollen. Robert ist ein Mensch, der sagt nie seine Wünsche. Du weißt nie, was er sich wünscht. Der lässt es auch nie raus. Und wenn er mal was braucht, dann kauft er sich selber und wartet gar nicht drauf. Robert ist einer, der schenkt lieber gerne. Lieber schenken, als wie beschenkt zu werden. Deswegen war es nicht einfach. Und mehr passiert heute nichts mehr. Milet ist in ihr Zimmer hochgegangen. Die schaut sich gerade irgendwas an und liest auch sehr viel gerade. Und auf Milets Welt, meine Lieben, ist gerade ein Video online gekommen mit Milets Lieblingsbüchern. Milet hat alleine ihre Lieblingsbücher vorgestellt. Für euch, was sie gelesen hat oder was sie gerade liest. Es waren, glaube ich, 10 Bücher und so weiter. Schaut mal rein auf Milets Welt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Dann seht ihr mal, auf welche Bücher sie gerade so spinnt. Ich zeige euch mal meinen Silas hier. Oh mein Snooki. Snooki, ist das hier dein Lieblingsplatz, ha? Auf der Decke. Ha? Sagst du mal Hallo? Nein? Du nicht Hallo? Okay, dann ist auch gut. Ja, ist gut. Und da hinten ist unsere Kira. Geh Mausilein. Du bist auch eine feine Maus. Kira legt sich immer hin, dass man sie gleich streichelt. Ein kleines Update von unserem Smoky, meine Lieben. Kommen Fragen, weil wir ein Video gepostet haben. Smoky ist weg. Smoky ist immer noch nicht da. Und auf Facebook habe ich dann keine Nachrichten mehr bekommen. Ich habe zwar geschrieben nochmal, hat jemand die Katze nochmal gesehen oder so. Kein Mensch hat sich bis jetzt gemeldet. Wir gehen davon aus, dass er jemanden gefunden hat oder zu jemand anderem gegangen ist. Das ist unsere Hoffnung, dass ihm nichts passiert ist. Aber freilaufende Katzenhalter kann man nicht viel ändern. Meine Lieben, entschuldigt, dass ich so viel gelabert habe, aber ich muss da auch einiges erklären. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Bleibt dran an unseren Videos. Eddas Schwangerschafts-Updates werden hier täglich kommen. Daily-Stories werden auf Insta kommen, auf Eddas Account und so weiter. Und danke fürs Zuschauen. Glocke aktivieren und unser Video liken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.